So Leute, Part 37 zu Let's Play Jack 2 Renegade. Wir sind hier gleich bei der Bar und dann schnacken wir mal mit ihm und gucken mal, was er von uns will. Ja, so. What give it? Ups. Hey, zurück an die Arbeit, Puppe. Sie arbeitet ja, Rollmops. Hör auf zu nörgeln. Vorsichtig, sonst endest du noch als Troffe R an dieser Wand. Jack, ich will, dass du die Meisterschaft verlierst. Lass Error gewinnen. Du wettest gegen uns? Jack, Jack, so läuft das eben. Du bist ein Symbol für diese Städte. Die würden alles auf einen Funken Hoffnung setzen. Der ideale Zeitpunkt, um Geld zu machen. Was sagst du, mein Junge? Ich sage, du wirst viel Geld verlieren. Denn ich werde antreten. Und ich werde gewinnen. Du Kleiner. Du machst langsam mehr Ärger, als du wert bist. Machst dir bloß nicht zu gemütlich. Jeder ist ersetzbar. Hast wohl Todesinn, doch was? Wir müssen nicht bis zum großen Rennen warten. Wir können das sofort klären. Nur wir beide. Durch die Stadt. Und wir benutzen Beschleunigerringe. Verpasst du auch nur einen Ring zwischen Start und Ziel, ist es aus. Kira hält dich sowieso für einen Versager. Und ich liefere ihr den Beweis. Ein für allemal. Einverstanden. Na, das kann ja witzig werden. Erbitte dringend verwenden Sie. Dann geht's los. Nicht in Form, Jack. Was? Ach, Quatsch. Ach. Nee, das ist unfair. Ich war noch nicht so weit. Aber machen wir nochmal. Da bin ich jetzt kleinlich. Das ist ja ein Link, dass man direkt... Ich dachte, man kreist jetzt schön einmal außenrum hier. So ein linkes Ding. Vorsicht! Hier spricht euer Maroon. Ach, man kann nicht nach oben gleiten. Wir müssen unten... ...bleiben. Okay. Ja gut. Kann ich auch mitleben. Eigentlich gucke ich nur unten auf die Minimap. Ja, genau. Er gibt uns Anschwung, obwohl wir eine Kurve fahren müssen. Was bringt es mir dann, wenn ich gerade Ausschub kriege? Ja, schön. Ja, komm, machen wir nochmal. Alter, das ist ja wieder mal. Obwohl, ich glaube, es ist gar nicht so doof, wenn wir einmal die Strecke kennenlernen und ungefähr wissen, wo es lang geht. Alter, diese Bremsung. Einfach mal keine vorhanden. TÜV sagt nein. Okay, anscheinend einmal rum. Lila Farbener Sicherheitsausweis benötigt. Aha. Ja, das wird noch witzig auf jeden Fall. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich mir das hier merken kann, alles. Okay, hier geht's rein. Das ist ein wichtiges Detail. Okay, das ist eher banal. Ja, schön. Ist egal, wir wollen jetzt eh neu starten. Das ist ja Zeitverschwendung, wenn wir ihn eh nicht mehr einholen. So, direkt Gas geben und los. So, das ist ganz gut, dass wir hier gar nicht erst lange am Rumeiern sind vorne und mit ihm so oft diesen Fahrzeugkontakt haben, sondern ganz simpel und schnell, zügig direkt versuchen, Abstand zu gewinnen. Dass wir hier nicht in so eine Rangelei kommen und dann das besser, glaube ich. Hier war der drum. Genau. Hey. Oh. Oh, das war gar nicht schlimm. Das war okay. Ich wollte schon sagen. Oh Mann, das war knapp. Ja, toll. Was steht der Kerl da auch rum? Schön. Das können wir direkt nochmal machen. Das wird so nix. Alter, ist das schwer, ey. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. So, vielleicht haben wir jetzt ja ein bisschen mehr können. Nein, wenn das so lange... Das wird ja wieder richtig lustig. Oha, jetzt kommt hier gleich ein Nieder. Ach. Ja, das fand ich auch. Fast hättest du meinen Monitor erwischt. Ja, wo kommt er denn hier? Zieh alleine, du Spinner. Das ist nett, dass du mich da rumgelenkt hast. Wunderschön. Geh weg. Halt dich fest, X! Ey, das war gut. Ja. Ich dachte schon, wir haben gerade einen Ring verfehlt. Diesmal nicht. Ja, genau. Er zieht vorbei. Aber wir hier. Ideal Linie. Oh Mann, das war knapp. Ja, schieb uns an. Das ist nett. Sehr schön. Nein. Und jetzt hier runter. Das wussten wir jetzt. Ha. Keine Überraschung. Möglich. Aus dem Weg. Ey, wir sind hier... Haha. So. Ey, das war gut. Das war richtig gut. Oh, das war... Jetzt sind wir ja wieder blind unterwegs. Dafür ist das gut. Oh, Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Fahr. Jawohl. Bild dir nichts ein, du Strauchdieb. Nächstes Mal fahren wir meine Preise. Und dein Kopf wird meine Trophäe sein. Du kannst wohl nicht verlieren. Bist du Flaschenkind, oder? Mhm. Mega. Ja, das haben wir in der Tasche. Mega. Ah, schön. Kommen wir direkt schnell wieder zurück. Müssen wir auch wieder zurückfahren, ne? Zum Blitz jetzt. Das haben wir. Und die Mission lautete... Was war die Mission? Die Mission war... Besiege Erol im Rennen. Okay. Haben wir gemacht. Haben ihm richtig die Stirn gezeigt. Den Auspuff auch. Können wir zurück noch hier. Ja, Leute, ich würde sagen, ich fahre schnell zum Blitz. Und wenn ich angekommen bin, dann... Sehen wir uns wieder. Hier, Samos. Jack, geh bitte in die Ruinen der Totenstadt zu meiner alten Hütte. Du musst dann etwas holen, was ich vor langer Zeit versteckt habe. Viel Glück. Ja. Und Dächter, räum doch bitte meine Hütte auf, wenn du dort bist. Ja, ganz toll. Da weiß ich sowieso schon wieder, dass das wieder so eine... Ja, dass das solche Metallschädel rummutschlavenzeln, wo wir schon mal drinne waren. Wo ich auch dran verzweifelt bin. Naja. Gut. Ich bin... Wenn wir gleich da sind, dann wähle ich mich zurück. Wo müssen wir denn überhaupt hin, Mensch? Aha. Na, da hätten wir mal da rein... Na, egal. Jetzt fahren wir zum Blitz. So, bis gleich. So, Leute, da sind wir beim Blitz. Jetzt auch direkt los, wie der geölte Blitz. Hey, da Nervenbündel. Wie läuft's mit dem Psssss-Krempel? Ich habe gute und schlechte News. Die Guten, laut Chor, haben wir genug Energie, um die Schutzwände aufrecht zu erhalten. Für den Moment ist die Stadt also sicher. Aber ich weiß nicht, wie lange das System noch hält. Und die schlechten? Wir haben einen Haufen Metallschädel-Eier entdeckt, drüben beim Tagebau. So, ihr müsst doch hin und zurück und versuchen, die Eier zu zerstören, bevor eine neue Armee dieser grässlichen Viecher schlüpft. Vorhin hat der Kran einen großen Metallcontainer hochgehoben. Wenn wir auf den Container springen, könnten wir die Kiste von da oben fallen lassen. Hoch? Springen? Fallen? Wieso gefällt mir das nicht? Komm schon, Dax. Gehen wir. Na, muss ich auch wieder hier ausrasten? Wir werden es bald wissen. So, gucken wir mal, was wir hier zu tun haben. Mission lautet, hole das Leben aus der toten Stadt, nee, Lebenskorn haben wir müssen zu holen. Also hier sind wir jetzt für, dass die Eier im Tagebau zerstören. Okay, gucken wir auf die Karte. Ja. Haben wir auf jeden Fall noch keine, die markiert sind. Also wo auch immer wir jetzt hin müssen. Ich weiß es nicht. Gilt das jetzt für die hier? Ah, okay, toll. Gilt das für die? Nö. Gucken wir mal, gehen wir hier lang. Hier waren wir ja noch gar nicht. Boah, Alter, immer dieses von vorne, ne? Ist ja furchtbar. Das hilft uns bestimmt im Laufe der Mission. Denn wenn wir nur noch mit einem Lebenspunkt da hinten ankommen. Boah, das war... Wahrscheinlich müssen wir hier lang, ja. Geheimnis. So, ist hier oben noch irgendwas? Nein. Ja, schön. Toll. Ja, geil. Ich melde mich, wenn wir da oben sind. So, hier sind wir eben stehen geblieben. Was machen wir hier? Wo die Halfpipe. Bam. Jawohl. Und rüber. Ja, natürlich falle ich da wieder rein. Warum auch nicht? So. So, wie weit haben wir es noch? Was sagt die Karte? Oh, haben wir noch ein ganzes... Das ist ja die Hälfte gerade mal. Egal, los, komm, weiter geht's. Haben wir hier irgendwas zum Einsammeln? Geheimnis, zum Beispiel. Ja, komm, halb so wild schaffen wir hier, oder? Boah, das war auch grenzwertig. Bam. So, haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nein. Hier hinter? Ja, tatsächlich. Mehrere. Nicht halt. So. Zweit Stück. Ich will das Geheimnis. Ich meine, ich kann zwar nicht alle einsammeln. Ich glaube auch, dass die HD Edition ein bisschen verbuggt ist und man bestimmte Nebenmissionen nicht starten kann, weil das Spiel crasht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier, soweit ich das kann, alles einsammeln. Vielleicht kann ich dann ja irgendwann, wenn wir die Hauptmissionen alle durchgespielt haben, auf Cam alles nochmal angehen und versuchen. Aber jetzt möchte ich mich erstmal auf die Hauptmission konzentrieren. So, und was ist hier? Hier musst du das Jet-Bot fliegen, Jack. Hm. Jet-Bot fliegen. Wir versuchen dann mal. So, Note. Ich kenne ja den Weg nach oben. Achso, das war doch das Nest. Ja, damit haben wir es selber nicht gerechnet, dass das so problemlos klappt. So, Leute, haben wir geschafft. Und das noch ein bisschen überzugt, aber noch völlig in Rahmen. Gehen wir zurück. Vielleicht haben wir irgendwas zu sagen. Nö, hier ist nichts. Ich finde es halt faszinierend bei dem Spiel, dass mehrere Level-Abschnitte so oft genutzt werden und dass man immer wieder da zurück muss. Also ich finde das cool gemacht, die Idee dahinter. Das gefällt mir sehr gut. Dass es nicht tausende einzelne Levels gibt, die designt wurden, sondern man hat ein paar Abschnitte, wo man immer wieder rein muss, wo sich immer wieder was Neues öffnet. Das finde ich cool. Die Idee schockt. Ja, in dem Sinne, das war's. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.